Die Werbetrommel erreicht jeden von uns Verpacken, Kaufen, Auspacken, Wegwerfen. Ein Rhythmus, der uns längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Wertvolle Rohstoffe entschwinden und belasten Erde, Wasser und Luft. Diese Belastungen möglichst gering zu halten, ist die Aufgabe des Müllheizkraftwerks Burgkirchen. Hausmüll wird thermisch unschädlich gemacht und die in den weggeworfenen Dingen steckende Energie wieder genutzt. Sieben Landkreise haben dabei selbst politische Verantwortung übernommen und sich zu dem Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern zusammengeschlossen. Um die Entsorgung der Abfälle von circa einer Million Einwohner auch wirtschaftlich sinnvoll durchführen zu können. Dies geschieht seit 1994 im eigens dafür errichteten Müllheizkraftwerk in Burgkirchen. Hier in Burgkirchen werden der Haus- und Sperrmüll sowie Gewerbe- und Baustellenabfälle aus dem Verbandsgebiet entsorgt. Die Wege, die der Restmüll bis nach Burgkirchen zurücklegen muss, führen nicht immer über Straßen und sind nicht immer so romantisch wie hier von der Fraueninsel am Chiemsee zum Festland. Um die Straße und den Standort Burgkirchen zu entlasten, werden über 70 Prozent des Müllaufkommens über die Schiene abgewickelt. In den umliegenden Landkreisen liefern täglich weit über 200 Müllfahrzeuge ihren Hausmüll zu eigens errichteten Umladestationen und kippen ihn dort ab. Hier wird der Müll aus dem Bunker in speziell angefertigte Bahncontainer verpresst und umgeladen. Wenn der Zug dann komplett zusammengestellt ist, geht's ab per Bahn nach Burgkirchen. Ein Bahncontainer fasst 20 Tonnen Hausmüll und damit zweieinhalbmal so viel wie ein einziges Müllfahrzeug. Der Transport per Schiene war von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des Entsorgungskonzepts im Verbandsgebiet. Die Bahncontainer werden mit einem Portalkran zur Entladestation gebracht. Hier ist die vorerst letzte Station für die Müllfracht. Der Müll aus den Containern landet im großen Müllbunker. Nur hausmüllähnlicher Gewerbemüll, Sperrmüll und Hausmüll aus dem Landkreis Altötting wird per LKW beim Müllheizkraftwerk angeliefert. Und hier werden die Abfälle direkt in den Müllbunker entleert. Für den reibungslosen Betrieb und vor allem für die Sicherheit ist das Personal in der Leitwarte verantwortlich. Von hier aus werden alle Vorgänge gesteuert und überwacht. 24 Stunden pro Tag. 8.760 Stunden im Jahr. Hier sitzt auch der Kranführer. Er ist verantwortlich dafür, dass der Müll gut gemischt wird und mit einer gleichmäßigen Zusammensetzung in den Ofen kommt. Das eigentliche Ofenhaus mit seinen zwei Ofenlinien ist natürlich das Herzstück der gesamten Anlage. Hier wird zum einen das Volumen, die Menge des Mülls um 90 Prozent verringert. Und zum anderen werden gleichzeitig alle brennbaren und organischen Bestandteile, also alle Stoffe, die in der Natur noch mit Luft, Wasser und Boden reagieren könnten, bei einer Temperatur von über 1000 Grad Celsius unschädlich gemacht. Der Rest fällt am Ende als Schlacke vom Rost und wird zur anschließenden Aufbereitung und Verwertung abgegeben. Durch die Bewegung der Roststäbe kann die Verweilzeit der Abfälle im Ofen verändert werden, um die vollständige Verbrennung der Abfälle zu erreichen. Beim Verbrennungsvorgang entstehen viele Abgase. Deshalb hat die Anlage eine aufwendige Rauchgasreinigung nachgeschaltet, in der Schadstoffe durch modernste Technik herausgefiltert oder zerstört werden. Die Rauchgasreinigung arbeitet in vier Stufen. Stufe 1, der Elektrofilter. Hier werden die Staubpartikel durch Elektronen aus Sprühelektroden aufgeladen und dann durch elektrische Kräfte von den Niederschlagselektroden angezogen. Viele Tonnen Staub werden hier zurückgehalten. Staub, der die Atmungsorgane belasten könnte. Stufe 2, der dreistufige Rauchgaswäscher. Er funktioniert wie eine Dusche. Wasser wird an verschiedenen Stellen eingedüst und zerstäubt. Schwermetalle und saure Schadstoffe, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, lösen sich in diesem Waschwasser und können aus dem Rauchgas herausgereinigt werden. Stufe 3, der Entstickungsreaktor. Im Entstickungsreaktor wird Ammoniak in den Rauchgasstrom eingedüst. Dies bewirkt, dass sich die schädlichen Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasserdampf umwandeln. Diese chemische Reaktion wird durch einen Katalysator beschleunigt. Stickoxide sind für Sommerozon verantwortlich. Stufe 4, die Aktivkoksstufe. Die hat die Aufgabe, hochgiftige Substanzen wie Dioxine und Reste von Schwermetallen herauszufiltern. Hierzu wird als Filtermaterial staubförmige Aktivkohle mit einer zerklüfteten riesigen inneren Oberfläche in den Rauchgasstrom eingedüst und anschließend zusammen mit den angelagerten Schadstoffen auf den Filterschläuchen des Gewebefilters wieder abgeschieden. Am Ende passiert das gereinigte Gas das Analysehaus. Die laufend erfassten Messdaten werden dort mit Hilfe eines Emissionswertrechners ausgewertet und an das Landesamt für Umwelt weitergegeben. An verschiedenen Orten rund um das Müllheizkraftwerk werden Untersuchungen an Pflanzen durchgeführt. Diese zeigen, dass durch das Müllheizkraftwerk keine zusätzliche Schadstoffbelastung für Pflanzen, Tiere und Menschen entsteht. Im Müll steckt jede Menge Energie. Die beiden Verbrennungsöfen sorgen also nicht nur dafür, dass der auf dem Rost behandelte Abfall später nicht mehr als Umweltgift weiter reagieren kann, sondern sie erzeugen auch Dampf. Und zwar mit einer Temperatur von 400 Grad Celsius und 80 Bar. In einer einzigen Tonne Müll steckt umgerechnet die Energie von circa 250 Liter Heizöl. Der Standort in Burgkirchen wurde deshalb gewählt, weil man hier diese Energie das ganze Jahr über nutzen kann. Derzeit werden über die Turbinen und Generatoren des Müllheizkraftwerkes jährlich circa 80 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt und ins öffentliche Netz eingespeist. Das ist Strom für eine Stadt mit circa 40.000 Einwohnern. Der restliche Dampf wird an den benachbarten Industriepark Gendorf abgegeben. Und auch das Freibad der Gemeinde Burgkirchen wird mit der Energie aus dem Müllheizkraftwerk beheizt. Seit dem Jahr 2009 hat der Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern auch die technische und kaufmännische Führung des Müllheizkraftwerks übernommen. Der Betrieb in Eigenregie macht sich bezahlt. Die Müllgebühren konnten gesenkt werden. Gesellschaft und Gesetzgeber haben erkannt, dass wir in Zukunft mit Energie und Rohstoffen achtsam umgehen müssen. Den rechtlichen Rahmen bildet das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Es fordert die Trennung und Sammlung von gefährlichen Abfällen als Sondermüll und die Verwertung von Stoffen wie Altglas und Altpapier. Und dennoch. Letztendlich zielführend kann nur sein, wenn wir wieder lernen, Dinge, die mit Verstand und Einsatz hergestellt worden sind, nicht einfach wegzuwerfen, sondern sie zu erhalten, sie langanhaltend zu nutzen. Dies gilt für alle Dinge des täglichen Lebens. Auch für Bekleidung und Schuhe, die einen durchs ganze Leben tragen könnten. Eine nachhaltige Lebensweise ohne Verschwendung von Rohstoffen ist in unserer Zeit Voraussetzung für den Fortbestand auch der menschlichen Zivilisation. Wir können immer nur von unserem großen Lehrmeister lernen. Dem erfolgreichsten Wirtschaftssystem aller Zeiten. Der Natur. Die Natur kennt keinen Abfall. Die Natur kennt keinen Abfall. Die Natur advised den Anwalt. Die Natur�동. Die Natur. Die Natur. Die Natur. Die Natur. Die Natur90-